Was ist mit der adaptiven Röntgentechnik aus unserem Haus? Mit der adaptiven Röntgentechnik aus unserem Haus forschen wir daran, wie wir zum Beispiel Betonträger aus Brücken oder Metall-3D-Druckbauteile, wie sie in der Luft- und Raumfahrt vorkommen, oder Nahrungsmittel, in denen wir keine Fremdkörper haben wollen, sicher machen können. Adaptiv bedeutet an der Stelle, dass unsere Messtechnik sich auf die extrem speziellen Eigenschaften der Objekte anpassen muss und gleichzeitig die genaueste Antwort auf die eigentliche Fragestellung geben soll. Das erreichen wir zum einen dadurch, dass wir einen spezialisierten Maschinenbau einsetzen, zum anderen brauchen wir aber Computeralgorithmen, die Intelligenz in die Maschine bringen. Und erst beide Komponenten zusammen ergeben ein System, das sich auf Fragestellung und Objekt anpasst und so sich adaptiert, auch während einer Messung. Um die Computeralgorithmen zu entwickeln, setzen wir auf die Grundlagen des maschinellen Lernens, der Röntgenphysik, der mathematischen Optimierung und der Bildverarbeitung.